Die Elemente des Periodensystems existieren in verschiedensten Oxidationsstufen. Alle diese Oxidationsstufen besitzen eine unterschiedliche, freie Enthalpie. Die Energiedifferenz zwischen zwei Oxidationszuständen kann man aus dem Reduktionspotential ablesen. Eine grafische Darstellung hilft, das abstrakte Konzept der Reduktionspotentiale zu verstehen. Mit dem Frost-Ebsworth-Diagramm erkennt man sehr leicht, welche Oxidationsstufen eines Elements stabil sind und welche Stufen eher zur Disproportionierung tendieren. Man erkennt auch sehr leicht, welche Zustände eher oxidierend und welche reduzierend wirken. Das Diagramm zeigt auf der x-Achse die Oxidationszahl. Auf der y-Achse werden die sogenannten Volt-Äquivalente aufgetragen, also n mal e0 oder minus Delta g durch f. Ich möchte dir demonstrieren, wie man ein solches Diagramm konstruiert und wie man es interpretiert. Ich zeige dir die Konstruktion für das Frost-Diagramm von Routenium in seinen verschiedenen Oxidationsstufen mit den entsprechenden Oxiden. Als erstes benötigen wir eine Sammlung von Reduktionspotentialen zwischen verschiedenen Routenium-Spezies. Jede Oxidationsstufe, die du im Diagramm eintragen möchtest, muss mindestens einmal vorkommen. Und nicht nur das, alle Oxidationszahlen müssen irgendwie mit der Oxidationszahl 0 verbunden sein. Zum Beispiel haben wir die Reduktion von Routenium-8 zu Routenium-4 in der letzten Zeile, dann von Routenium-4 zu Routenium-2 in der dritten Zeile und von Routenium-2 kommen wir dann zu Routenium-0. Jetzt rechnen wir die sogenannte freie Enthalpie der einzelnen Spezies relativ zueinander aus. Das sogenannte n mal e0. Die Oxidationszahl 0 hat immer auch die Energienull. Um das Energieniveau von Routenium-2 zu berechnen, benötigst du das Redoxpotential zwischen Routenium-0 und Routenium-2. Auf der Grafik ist das Redoxpotential die Steigung zwischen zwei beliebigen Spezies. Das Energieniveau von Routenium-2 erhältst du also, wenn du die Anzahl Elektronen mit dem Redoxpotential dieser Reaktion multiplizierst. Das Energieniveau von Routenium-2 ist darum 0,91 Volt. Routenium-2 ist also thermodynamisch instabiler als Routenium-0. Als nächstes kommt Routenium-3. Wir haben das Redoxpotential zwischen Routenium-3 und Routenium-2. Das Energieniveau von Routenium-2 haben wir soeben berechnet. Die Steigung zwischen Routenium-2 und Routenium-3 ist 0,249 Volt. So können wir das Energieniveau von Routenium-3 berechnen. Wir haben auch das Redoxpotential zwischen Routenium-4 und Routenium-2. Mit dem Energieniveau von Routenium-2 und der Steigung zwischen Routenium-2 und Routenium-4 können wir auch das Energieniveau von Routenium-4 berechnen. Nach demselben Prinzip können wir auch die Energieniveaus der restlichen Oxidationszustände berechnen. Du siehst, die Steigung zwischen sämtlichen Spezies ist positiv. Das macht Sinn, denn auch alle Reduktionspotentiale sind positiv. Die grünen Punkte zeigen das Energieniveau relativ zur Oxidationszahl 0. Routenium-8 hat beispielsweise einen Ne-Wert von 8,7 Volt. Was sagt uns das nun? Die Steigung zwischen Routenium-0 zu Routenium-8 gibt uns das hypothetische Reduktionspotential zwischen diesen beiden Spezies. In diesem Fall ist das Reduktionspotential 1,09 Volt. Mit dem Ne-Wert und der Faraday-Konstante F können wir die Gips-Energie berechnen. Für das Routenium-Tetroxid ergibt sich also ein Delta-G von ungefähr minus 840 Kilojoule pro Mol. Das bedeutet, bei der Reduktion von einem Mol Routenium-Tetroxid zu Routenium-0 könnten bis zu 840 Kilojoule Energie freigesetzt werden. Wir sehen aus der Grafik, dass Routenium-8 der thermodynamisch instabilste Zustand ist. Generell gilt, Stoffe oben rechts auf der Grafik sind starke Oxidationsmittel und Stoffe oben links auf der Grafik sind starke Reduktionsmittel. Mit dem Frost-Diagramm sieht man sehr leicht, ob ein bestimmter Zustand zur Disproportionierung neigt. Routenium-3 liegt zum Beispiel auf einem konkaven Punkt dieser Kurve. Darum ist dieser Zustand thermodynamisch stabil. Eine Lösung, die aus den beiden Nachbarspezies besteht, tendiert eher zur Komproportionierung zu Routenium-3. Routenium-6 hingegen liegt auf einem konvexen Punkt. Der gewichtete Durchschnitt der beiden Nachbarspezies Routenium-4 und Routenium-7 liegt unter dem Energieniveau von Routenium-6. Und darum tendiert dieser Zustand eher zur Disproportionierung. Ob die Disproportionierung tatsächlich stattfindet und in welchem Ausmaß, ist nicht sicher. Das Frost-Diagramm zeigt ausschließlich thermodynamische Verhältnisse. Es kann sein, dass die Kinetik die Disproportionierung verbietet, weil dafür eine zu hohe Aktivierungsenergie nötig ist. Das Element Ca in der vierten Oxidationsstufe ist ein starkes Oxidationsmittel. Ist Ca4 fähig, Routenium-2 zu oxidieren? Das Reduktionspotenzial von Ca4 zu Ca3 ist 1,7 Volt. Die Steigung zwischen Ca3 und Ca4 ist also 1,7 auf dem Frost-Diagramm. Damit die Reaktion abläuft, muss das Reduktionspotenzial des Oxidationsmittels positiver sein als das Reduktionspotenzial von Routenium. Denn nur dann fließen die Elektronen abwärts auf diesem Energiediagramm. Die Steigung zwischen Ca3 und Ca4 muss also steiler sein als die Steigung zwischen Routenium-2 und Routenium-3. Dann findet der Prozess statt. Du kannst das natürlich alles auch berechnen, wenn du mir nicht glaubst. Du wirst aber feststellen, dass das Potenzial von diesem Gesamtprozess positiv ist. Und darum ist das Delta-G negativ. Der Prozess findet also freiwillig statt. Hier siehst du nochmal die wichtigsten Punkte des Frost-Diagramms zusammengefasst. Ganz wichtig ist der letzte Punkt. Sämtliche Potenziale sind natürlich relativ zur Standard-Wasserstoff-Elektrode. Ist die Steigung, also das Potenzial zwischen zwei Redox-Partnern, positiv, so ist dieses Redox-Paar fähig, Wasserstoff zu oxidieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du noch Fragen oder Feedback hast, hinterlasse am besten einen Kommentar. Hast du noch nicht genug gelernt? Abonniere den Kanal und schau dir gleich das nächste Video an. So einen Kommentar! Untertitelung des ZDF, 2020